Ich kann das ansehen. Meine Güte! Ich war abgedeckt. Ich war abgedeckt. Ich war abgedeckt. Gut. Der Psychopath gehört hinter Gitter. Der Kampf hat bereits begonnen. Also beeilen Sie sich. Ihr Ziel ist, sicherzustellen, dass Orden gefasst wird. Ist das geschehen, schicke ich ein Evakuierungsteam. Das ist doch ungeheblich. Halt! Stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Ich konzentriere mich auf Orden. Hänge mich an ihn dran. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Ist vielleicht unsere einzige Chance. Er hat mein Essen! Bring ihn um! Ich sollte mich besser nicht einmischen. Orden läuft noch frei herum. Wenn er entkommt, macht Moja mich fertig. Ich könnte auf das Seil zielen und den Kerl befreien. Oder einfach weggehen und ihn verrotten lassen. Was zum Teufel! Ich bin ein Wettbewerb. Das war's. 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 Das war's.